Servus liebe Leute und willkommen wieder zurück bei Call of Duty Ghosts in Platin Durchgang. Natürlich waren wir jetzt hier die ersten vier Missionen, haben wir schon durch. Jetzt kommt hier diese fünfte Mission und die starten wir auch mal gleich. Gucken wir natürlich mal, wie das diesmal läuft. Die letzte Mission lief eure doch relativ ganz gute, auch wieder die Zusatzstrophy bekommen. Und hier gibt es jetzt natürlich auch wieder eine. Ich glaube, weiß ich den Fall auch wieder von euch. Echt klasse. 50G, dann muss ich da töten mit der A10-Waffe. Ja, und natürlich ganz klar den Intel wieder einsammeln. Und dann gucken wir auch mal, wie sich da die Story hier noch weiterentwickelt mit dem Rogue. Oder Rogue. Genau. Und das kommt noch dazu. Shaw. Riley. Äh, okay. Kommando, Viking hier. Seid ihr noch da? Bestellt nicht, Viking. Aber nicht mehr lange. Ihr müsst den Stand verstärken. Wir sind unterwegs. Es gibt was Neues von Captain Walkers Kommandoposten. Du, 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 du. Die Teams haben die Position gereist, aber der Funkkontakt ist abgerissen. Ihr habt es sicher geschafft. Los, gehen wir in Bewegung, Bewegung! Oh, voilà. Sorry. Ja, ich gehe also bevor es gut hier dran vorbei. So. Äh, alles klar, muss ich jetzt machen oder was? Oh, nee. Okay. Das Gewehr ist Feuer frei. Ich dirigiere die Luftunterstützung. Kommando, wo bleibt die Luftunterstützung? Ab den Grundkern zurück zu warten. Es wird dauern, bis ihr euch erreicht. Ab schnell oder wir verlieren den Stand. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. So. Weiter schon. Bam. Alter, das rumst hier. Boah, legt mich auf die Faschhybrüche der Kodola. Ai, 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 ai. Warte, Stellung. Wann kommen die Drohnen? Warte, die Drohnen unterwegs. Noch 30 Sekunden. Wir verlieren den Stand. Wir brauchen die Drohnen sofort. Da kommt ein Heli. Runter! Äh. Warte, die sind bereit, so weiter wir bedienen. Warte, sind bereit. Ah. Das ist A10. Dachte ich mir doch, das ist eigentlich ein Bomber. Äh. So, dann mache ich aber, was war das hier? Genau, schnell und hässlich. Perfekt. Gut. Die Zusatzstoffe haben wir, den Intel haben wir jetzt einfach nur jedoch gemütlich, in Anführungszeichen, in die Mission wählen. Ja. Ja. Oh, shit. Aua, 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 ha. Da, 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 da. Wir verlieren den Stand. Okay. Boah. Fuck. Oh nein. Nein. Scheiße. Kack hier. Ja. von allen Teilen vom Bild, was wollen wir? Wir sind durch die Gräben unterwegs. Wartet noch, wir sind fast da. Achtung, Defensive Einheit. Verbündete kommen durch die Gräben-Zitronensteuerung. Kontrolliert Feuer. Herr, in den Gräben-Gimmeln ist verfeilt. Wenn der Turm fällt, sind alle A10-Runden offline und wir verlieren den Stand. Wir verlieren das Magazin. Steht da echt nochmal auf, oder wat? Geht da auch noch? Ja. Jetzt nicht mehr. Mei, 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 mei. Wir bestehen. Ups. Ach, komm. Scheiße. Was läuft denn denn auch rum? Das Feuer noch verbindet, aber nicht toleriert. Das Feuer noch verbindet, aber nicht toleriert. So. 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 Na komm. Das Nachladen hier, ne? 20 Jahre später. So, das war's aber. Oh, was? Boah. Mei, 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 mei. Scheiße hier. Ah, da. Hm. So, haben wir's jetzt? Obwohl, ja. Hm. Au. Voll reingegafft. Scheiße. Da kommt's eigentlich nochmal. Oh, 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 oh. So, mal auf gut Glück. Na, scheiße, bitte nicht wieder von Alpha Gun. Fuck, das ist jetzt nicht der Ernste, oder? Oh Mann, ist das ätzend hier. Oh, jetzt sehe ich nichts. So. So, dann machen wir es jetzt nicht anders. Ach. Nö. Hä? Ah, ja. Alles klar. Puh. Gott sei Dank. Scheiße. Ich kriege gleich einen Anfall hier. Oha. 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 Sorry, wieder hier für das Dauer abkacken. Warte. Warte noch, ist es fast da. Achtung, defensiv einhalten. Verbindete kommen durch die Geräte. Aber, das ist echt knackig hier. Feuer. 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 In den Grenzen. Wir werden es vorbei. Wenn der Turm fällt, sind alle A10 drogen offline und wir verlieren den Stand. So, ist der schon weg. Ja. Der ja. Na? Nur der da oben nicht. So. Na? 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 Ja. 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 Jetzt auch nochmal. Eieiei. Gut. Ja, mach mal. Das Overcraft. Kontrollpunkt. Ja, Gott sei Dank. Aua. Ja, na dann. Also, wohin nicht ballern? So. Nochmal. Äh. Alter, ziehen sie sich zurück. Komm, wo wurde er echt? Wut? Scheiße. Na los, Bewegung. Uha. Sagt der, na los, Bewegung. Ja, und dann kriegst du das wieder voll an. Ich bin sicher. Na. So. So. Duft ja passen, hoff ich. Oh, shit. Ja. Nee. Na, Gott sei Dank. Alter Verwalter. Es gibt keinen Rückzug, nur ein strategischer Vorwärtsrichtung, weil Vorwärtsgang in die andere Richtung genauso war das. Boop, boop, boop. Äh, wat? Äh, wat ist? Äh... Ah, die Vollgasidioten sind, wie du umdreckst. Hörtlich. Äh. Hui, ui, 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 ui. Alles klar. Ups. Hättest du da irgendwas drücken müssen? Oh nein. Nicht schon wieder. Oh. Scheiße. Du blutest. Sieht schlimmer aus, als es ist. Alles wird gut. Mhm. Genau. Prost, als wenn wir wieder Klippe hämmen müssen. Aber sonst ja. Okay, Keg, hol uns hier raus. Hey, wir gehen nirgendwo hin. Hey, wir haben euch gerade gerentet. Komm gut klar. Um Arsch. Ruhe. Ihr alle. Wir müssen zurück nach Santa Monica. Unser Dad ist da. Wir gehen nicht ohne ihn. Das ist wirklich bewundernswert. Aha. Aber euer Vater ist nicht mehr dort. Wer? Ist die ganze Zeit einer von ihnen? Hey, ruhig Junior. Das ist dein Vorgesetzter. Ich bin Toyin. Ja. Die Ja, er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Er war einer von uns. Na, war er fast klar. So ein Überläufer. Na, wenn ich nicht abgekackt wäre, hätte ich die Mission geschafft in 10 Minuten. Shit. General Almagro wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften. Naja, vielleicht wurde die nächste wieder besser. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Mission. Ja, wunderbar. So, haben wir da schon mal ein Einblick bekommen. Und ja, deswegen aber, würde ich meinen, reicht für heute genug gestorben. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder bei der Mission, wie heißt die, Legenden sterben nie. Ja, und dann schauen wir mal. Ich wünsche dir natürlich was. Vielen Dank. Haut rein. Servus und ciao.